Vor zwei Tagen haben wir bereits sehr ausführlich über die verspätete 777-8 gesprochen. Ich habe übrigens herausgefunden, dass da gar kein X mehr hinten dran hängt, das hat man mittlerweile weggenommen. Es heißt zwar immer noch, natürlich Boeing 777-X, aber bei den jeweiligen Versionen heißt es mittlerweile 777-8 oder 777-9. Das nun mal als Verbesserung, aber ist ja auch eigentlich egal. Es ging also um die verspätete Markteinführung der 777-8, beziehungsweise darum, dass Boeing erst einmal die Entwicklung der Ultralangstrecken-Version der 777-X wieder auf Eis gelegt hat. Und im Zuge dessen haben wir auch über ein mögliches Konkurrenzmodell des europäischen Flugzeugbauers Airbus gesprochen. Und zwar über einen eventuellen Airbus A350 1000 Ultra Long Range. Was das für ein Flugzeug werden könnte, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Im Video vor zwei Tagen sind ein paar interessante Stichpunkte gefallen. Beispielsweise Ultra Long Range oder Project Sunrise von der Fluggesellschaft Qantas oder auch die konkurrenzlose Boeing 777-9. Auf diese Punkte gehen wir heute mal von der Airbus-Seite etwas genauer ein und wir spekulieren einfach mal so ein bisschen, was uns da in Zukunft noch erwarten könnte. Eventuell habt ihr aus dem letzten Video ja sogar noch die wichtigen Zahlen über das geplante Boeing-Flugzeug im Kopf. Die Boeing 777-8 wird höchstwahrscheinlich mit einer Passagierkapazität von 360, 365 Leuten eine Reichweite von um die 16.100 Kilometer bieten. Das ist ziemlich beeindruckend und damit stand das geplante Boeing-Flugzeug zumindest auf dem Papier lange Zeit auch knapp 600 Kilometer besser da, als der mittlerweile schon bei vier Fluggesellschaften fliegende Airbus A350 1000. Nach aktuellen Airbus-Daten und mittlerweile durchgeführten Optimierungen am A350 1000 beim Thema maximales Abfluggewicht und auch bei der Platznutzung der Treibstofftanks konnte man jetzt mittlerweile tatsächlich aber auch mit einer Passagierkapazität von 365 Leuten eine Reichweite von 16.100 Kilometern präsentieren. Und dabei ist der jetzt ja schon fliegende A350 1000 sogar ein kleines Stück sparsamer als die noch geplante 777-8. An der Stelle ist vielleicht nochmal folgendes ganz wichtig zu sagen, denn man ist ja auch immer so scharf darauf, jetzt endlich mal einen Flugzeugtypen zu sehen, bei dem die maximal angegebene Reichweite bei 20.000 Kilometern liegt. Immerhin ist das die, zumindest auf dem Papier, logische maximale Reichweite eines Flugzeuges. Immerhin lässt sich dann theoretisch zumindest jeder Punkt auf der Erde mit jedem anderen Punkt auf der Erde nonstop miteinander verbinden. Diese Distanz zurücklegen, das können Passagierflugzeuge, solche Passagierflugzeuge aber tatsächlich schon seit Jahren. Viel interessanter ist dabei dann der Blick auf die sogenannte Nutzlast, die diese Flugzeuge über diese Distanz dann wirklich transportieren können. Es geht hier also gar nicht unbedingt darum, endlich einen Flugzeugtypen liefern zu können, der 20.000 Kilometer zurücklegen kann. Wie gesagt, das geht schon seit einigen Jahren. Es geht hier vielmehr darum, den Fluggesellschaften einen perfekten Kompromiss bieten zu können zwischen maximal möglicher Reichweite und möglichst hoher Nutzlast in Form von zahlender Kundschaft, zahlende Passagiere und oder bezahlte Fracht. Denn das, die Nutzlast, ist ja am Ende des Tages das, was wirklich dann darüber entscheidet, ob man eine solche Ultralangstrecke wirklich gewinnbringend betreiben kann. Ein gutes Beispiel zur einfachen Verdeutlichung ist dabei der Airbus A340-500, den Singapore Airlines von 2004 bis 2013 für den längsten Nonstop-Linienflug der Welt genutzt hat, von New York nach Singapur. Dieses Flugzeug, das hat für diese Strecke ganze 220.000 Liter Kerosin getankt. Das sind umgerechnet 175 Tonnen Kerosin. Dabei wiegt das betriebsbereite, aber leere Flugzeug schon 168 Tonnen. Da kommt jetzt Treibstoff rein, das sind die eben genannten 175 Tonnen und dann sind wir jetzt schon bei einem ziemlich beeindruckenden Gewicht von 343 Tonnen, ohne dass da ein einziger Passagier drin sitzt. Jetzt haben wir uns die Nummer natürlich sehr, sehr einfach gemacht, aber das kann man tatsächlich schon annähernd so rechnen. Und jetzt haben wir dieses Gewicht 343 Tonnen und die Leute, die sich mit dem A340 auskennen, die wissen, da ist nicht mehr wahnsinnig viel Luft nach oben, bis zum maximalen Abfluggewicht des A340-500 von damals 368 Tonnen hat man noch 25 Tonnen Platz. Und diese 25 Tonnen, das ist das, was letztendlich den Flug bezahlen soll. Also die Nutzlast, das sind Passagiere und Fracht. Und das ist nicht einmal die Hälfte der maximal möglichen Nutzlast eines A340-500, die da jetzt bei Singapur Airlines noch reingepasst hat. Mit anderen Worten, auf diesen ultralangen Strecken der Singapur Airlines waren damals zuletzt nur noch 100 Menschen an Bord. in Business Class sitzen. Und der Pro-Kopf-Verbrauch, pro geflogenen 100 Kilometer, der betrug damals um die 10 Liter. Heute arbeiten sich große Fluggesellschaften auch auf der Langstrecke, ganz langsam aber sicher unter die 3 Liter pro Passagier pro 100 Kilometer. Das ist ein Unterschied. Ihr versteht sicher, worauf ich hinaus möchte. Passagierflugzeuge können bereits seit Jahrzehnten wirklich, wirklich lange Strecken zurücklegen. Aber es geht eben vor allem darum, wie viel zahlende Nutzlast diese Flugzeuge auf diesen langen Strecken mitschleppen können. Und da werden eben jetzt für diese ultralangen Strecken moderne und effiziente Flugzeuge wie die 787, wie 777X oder der A350 in seinen Ultralangstrecken-Varianten richtig interessant. Und da schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, was Airbus denn überhaupt rund um den A350 zu bieten hat. Die Basis des Flugzeuges ist wahrscheinlich allen bestens bekannt. Der Ende 2014 erstmals an eine Fluggesellschaft ausgelieferte A350-900, der liefert uns eine Passagierkapazität von typischerweise 325 Leuten mit einer Reichweite von etwa 15.000 Kilometern. Damit kann der A350-900 natürlich sehr große Distanzen zurücklegen, ist für unsere Betrachtung der Ultralangstrecken aber tatsächlich gar nicht unbedingt so wirklich interessant. Nichtsdestotrotz natürlich ein super schönes Flugzeug. Das Ding wurde von den verschiedenen Fluggesellschaften mittlerweile über 730 Mal bestellt und über 270 Mal fliegt das Ding auch schon irgendwo durch die Gegend. Tja, und dann A350-800, der stand auch mal auf der Agenda, aber das Flugzeug, das wäre einem A330neo eindeutig zu ähnlich gewesen. Den A330neo kann man aber deutlich günstiger an die Kunden verkaufen. Deswegen A350-800 braucht niemand, weg damit. Und dann finden wir auf der anderen Seite den A350-1000. Typischerweise 365 Passagiere und eine dann maximal mögliche Reichweite von 16.100 Kilometern. Das sind die Werte, die man sich erstmal merken kann. Und jetzt haben wir eben schon herausgefunden, dass die Nutzlast besonders interessant ist. Beim A350-1000, anders als bei anderen Flugzeugtypen, denn da ist es ja gerne mal so, dass die kürzere, die kleinere Variante die Variante mit der größeren Reichweite ist. Das ist bei den A350-Fliegern nicht so. Beim A350-1000 kann man aufgrund der gestiegenen Reichweite im Vergleich zur 900er-Version schon erahnen, dass es sich hierbei nicht um ein einfach mal so verlängertes Flugzeug handelt, zu Lasten der Nutzlast und zu Lasten der Treibstoffkapazität, sondern dass man hier ein optimiertes und wirklich komplett überarbeitetes Flugzeug findet, welches zum aktuellen Zeitpunkt zum Start ganze 36 Tonnen schwerer sein darf. Als der kleinere Bruder, der A350-900. Aus diesem Grund, um eine ähnliche Radlast zu erreichen wie die 900er-Version, benötigt der A350-1000 auch drei Achsen pro Hopferwerk und nicht zwei Achsen, wie man sie bei der 900er-Version findet. Und das ist natürlich eine Differenz, an der sich beide Flugzeuge sehr gut voneinander unterscheiden lassen. So, jetzt teilen wir diese 36 zusätzlichen Tonnen aber einfach mal ein bisschen auf. Und zwar 13 Tonnen wiegt das eigentliche Flugzeug, das längere Flugzeug, schon mal mehr als der A350-900. Dann bleiben noch 23 Tonnen übrig und die lassen sich jetzt entweder für zusätzlichen Sprit oder aber für zusätzliche Nutzlast oder eine Kombination aus beidem im Vergleich zum vollbeladenen A350-900 nutzen. Seid ihr noch dabei? Zusammengefasst bedeutet das ganz einfach, beides auf Anschlag, das funktioniert halt eben nicht. Weder beim A350-900 noch beim A350-1000. Also möchte man die maximal mögliche Reichweite aus diesem Flugzeug rausholen, dann geht halt eben nicht die maximal mögliche Nutzlast. Möchte man die maximal mögliche Nutzlast der Maschine haben, dann geht nicht die maximal mögliche Reichweite. Mit anderen Worten, da ist noch Potenzial. Ihr merkt, wo die Reise hingeht. Jetzt machen wir aber nochmal schnell einen kurzen Abstecher zum A350-900 in der Ultra-Long-Range-Variante, A350-900ULR, denn der zeigt schon mal so ein bisschen, wo es jetzt auch mit dem A350-1000 hingehen könnte. Der A350-900ULR hatte anfangs ein nochmal erhöhtes maximales Abfluggewicht. Mittlerweile muss ein A350 nicht mehr ULR heißen, um 5 Tonnen mehr wiegen zu können. Jetzt besteht der Unterschied mittlerweile in einem optimierten Tanksystem, welches zu Lasten des vorderen Frachtraums des A350-900 ganze 24 Tonnen mehr Treibstoff in diesem Flugzeug ermöglicht. So kommt man auf knapp 165.000 Liter und das reicht unterm Strich für 325 Passagiere und eine Reichweite von gut 18.000 Kilometern. Aber wieder eben mit eingeschränkter Nutzlast. Um den Kreis zu dem anfangs erwähnten A340-500 der Singapore Airlines zu schließen, der neue A350-900ULR, mit dem man den längsten Linienflug der Welt ja jetzt auch wieder aufgenommen hat, von New York nach Singapur, der verbraucht auf dieser Strecke um die 50.000 Liter Kerosin weniger als sein Vorgänger. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber was bedeutet das jetzt für einen möglichen A350-1000ULR? Macht man es so wie beim 900ULR, dann lässt man das maximale Abfluggewicht der Maschine erst einmal gleich. Bleibt also bei 316 Tonnen. Und damit macht man sich die ganze Nummer ein bisschen einfacher und kann mithilfe von abgespeckter Nutzlast Platz machen für einen oder zwei Zusatztanks. Und mehr Treibstoff bedeutet hier ganz einfach mehr Reichweite. Wirklich spannend wäre dieses Flugzeug aber eigentlich erst dann, wenn man das maximale Abfluggewicht des A350-1000 jetzt nochmal ein kleines Stück anheben würde. Denn Platz gibt es in dem Flugzeug erst einmal genug, so dass man bei gleichbleibender Nutzlast vom A350-1000 jetzt die Treibstoffkapazität der Maschine noch einmal erhöhen könnte. Nach übereinstimmenden Medienberichten, auch wenn das alles noch so ein bisschen Spekulation ist, befindet sich der Flugzeugbauer zum aktuellen Zeitpunkt selbstverständlich in Gesprächen mit den verschiedensten Fluggesellschaften über ein solches ultralangstrecken Flugzeug und darüber, über die Art und Weise, wie man das Ding dann letztendlich umsetzen könnte. Denn am Ende des Tages ist es selbstverständlich hauptsächlich eine Kostenfrage. Das Ding muss man ja auch verkaufen können. Besonders spannend sind dabei die Pläne der australischen Fluggesellschaft Qantas, denn die möchten mit ihrem Project Sunrise ab 2022, höchstwahrscheinlich zumindest, einige Städte von der australischen Ostküste mit einigen Städten in Europa oder auch in Amerika verbinden. Also es geht darum Strecken wie beispielsweise Sydney nach London, nach Paris oder nach New York. Ende 2019 könnte dort eventuell schon eine Entscheidung stehen, entweder für 777X oder für den Airbus A350. Jetzt kommt es also ganz einfach auf die Hersteller an, was sie der Fluggesellschaft bieten können. Und das alles ist wie gesagt wieder ein Kompromiss. Man kann nicht davon erwarten, dass dieses Flugzeug ein Verkaufsschlager werden wird. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es das nicht, denn dafür ist das Geschäft mit der ultralangstrecke dann doch ganz einfach zu klein. Die Möglichkeit besteht also auf jeden Fall, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren einen Airbus A350-1000 als ultralongrange Flugzeug sehen. Mit Platz für 365 Passagiere und Reichweiten von um die 17.000, 17.500 Kilometer und das alles eben bei gleichbleibend guter Nutzlast. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Und dann, wenn das funktioniert hat, dann ist Airbus ohne Zweifel für die Zukunft, für die nahe Zukunft zumindest, sehr viel besser aufgestellt als der amerikanische Flugzeugbauer in diesem Bereich. Was der A350-1000 aber tatsächlich nicht kann, das ist die Vierstrahler restlos ersetzen. Das kann dafür aber die 777-9. Airbus lässt die Öffentlichkeit aber schon seit Monaten oder vielleicht sogar auch schon seit Jahren über einen nochmals verlängerten A350 spekulieren. Also über einen A350-2000 oder 1100 oder wie auch immer. Das Ganze entstand daraus, dass Airbus irgendwann mal Werte rausgegeben hat, Berechnung veröffentlicht hat, in denen es darum ging, dass ein auf bis zu 79 Meter verlängerter A350 nur wenige Prozent zusätzlichen Schub und damit auch nur wenige Prozent zusätzlichen Treibstoff für seine Flügel benötigen würde. Gleichzeitig könnte das fast 80 Meter lange Flugzeug dann aber natürlich nochmal 45 zusätzliche Sitze transportieren und somit nochmal ein ganzes Stück näher Richtung 777-9 rutschen. Also das Ergebnis, was wir aus diesem Video rausziehen können, ist auf jeden Fall, der A350-1000 ist bei weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da wird in den nächsten Monaten sicherlich einiges passieren, was dann bei diesem ganzen Thema Ultralangstrecke, über das wir die letzten 10 Minuten gesprochen haben, nochmal eine richtig ordentliche Schippe drauflegen wird. Da können wir echt gespannt sein. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das ging mit dem Licht. Ist doch etwas dunkel geworden, aber naja. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich sehr auf euer Feedback zum Video. Spekuliert gerne ein bisschen mit und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.